Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Call of Cthulhu. Ich bin von New York Gameplays als Hobby und ja, wir haben jetzt zum Schluss endlich das letzte Ventilrad gefunden. Und haben noch ein bisschen sogar unsere Medizin verbessert und wie auch immer. Ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt vonstatten geht. Ich werde jetzt mal nicht die Schlaftabletten den einen Gefangenen geben, um vielleicht das eine Stromding dann noch zu aktivieren. Vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vorher muss ich, denke ich mal, hier erstmal wieder raus. So, schauen wir dann mal, was passiert. Haben wir eigentlich mittlerweile mal wieder Dings? Was steht hier als eigentlich noch was Neues? Ich habe einen seltsamen elektrischer Maschinen entdeckt. Sie verbindet zwei Gefäßen mit einer durchscheinenden Flüssigkeit, in der riesigen Körperteile schwimmen. Sie versorgen einen Zahnarztstuhl mit Strom. Ich weiß nicht, wofür sie verwendet wird, aber wenn ich diese Maschine überlasten kann, sorgt das für meine benötigte Ablenkung. Einer der Insassen ist bereit, mir zu helfen, wenn ich ihm Schlaftabletten beschaffe. Zu gegenlassen verspricht er die Aufmerksamkeit des Wärters, vor der Leichenhalle auf sich zu ziehen. Es gibt eine Feuerrichtung, die den ganzen Komplex mit Gas versorgt. Die Zähne sind so ausgeht, dass ein gleichmäßiger Strom hindurch führt. Wenn es schaffe, den Druck zu erhöhen, könnte ich die Anlage in die Luft sprengen und so für Ablenkung sorgen. Beides wohl so gesehen möglich. Da haben wir schon den vollen Druck aufgebaut. Dort auch. Dort auch. Hier, noch nicht. Spiel gespeichert, super. Jetzt, wo ich erst die Folge neu angefangen habe, ich habe jetzt noch 18 Minuten. Auf geht's. Das hat er gespeichert, von daher kann ja nichts schief gehen. Druck voll und ab geht die Post. Ich habe zu schlafen, bevor die Gäste sehen mich. Wer ist das? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wir müssen sie sagen, dass sie das machen können. Wir müssen sie sagen, dass sie das machen können. Ist denn jetzt mein Weg frei? Tatsächlich. Okay, das macht er gerade selbst, nicht ich. Äh. Ach, das ist der arme Bursche. Doktor, ist das du? Du? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Just, don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Okay. In her office, I saw signs of a ritual. Perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on on this island? I'm... I'm so sorry. The one we should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders. Sanders. Pull yourself together. Without her. It's no longer possible to save me. Okay. No! Sanders! What the hell? Also, ich war's nicht. Ein Schlurfer. Also, so wird er genannt. Okay. Gibt es hier denn noch irgendetwas zu finden? Sieht nicht danach aus. Wo geht's hier hin? Puh. Achso, der Druck wird natürlich schlimmer hier. Okay. Ich muss hier raus. Okay. Ich hab's geschafft, ich bin da durch. Oh mein Gott, ey. Kapitel 6, Villa der Hawkins. Pierce erwachte in einer Anstalt im Keller des Riverside Instituts. Dort traf er auf Dr. Colton, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Er durchstreift den Ort, an dem Dr. Fuller und eingeschränkt herrscht und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor den Augen des Delegativs starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colton das verfluchte Gebäude. Die drei Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins unter Schlupf zu suchen. Okay. Oh, ist es Tag? Unfassbar, dass es hier mal Dings ist. Mal Tag in so einem Horrorspiel. Okay, wir haben einen Dingspunkt bekommen, Charakterpunkt. Anwesen der Hawkins, 28. Oktober. Ich erreichte endlich die Stufen zum ersten Stock des Riverside Instituts, aber auf dem Weg atmete ich Gas ein, das aus einem beschädigten Rohr austrat und wurde ohnmächtig. Ich erinnere mich an Bradley. Der Bendic? Wirklich? Der mit mir sprach und dann kam ich in der Villa der Hawkins zu mir. Ich muss verstehen, was ich hier tue und was als nächstes geschieht. Oh, sogar drei Punkte. Was machen wir? Entdeckung? Ja, das machen wir ein bisschen hoch. Und ich glaube, Stärke wäre gar nicht mal so verkehrt, dass wir besser Schlösser oder sowas knacken können und Mechanismen oder sowas. Das wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Okay. Verstanden, da haben wir schon wieder etwas freigeschaltet. Der Tod von Francis Xander. Oh, wir haben etwas übersehen anscheinend. Die Umstände von Francis Xanders Tod übertrafen alles, was Pierce je gesehen hatte. Der Körper des armen Mannes wurde von einer unsichtbaren Kraft in die Luft gehoben und mit voller Kraft gegen die Stange seines Verstecks geschleudert. Pierce sah hilflos zu, wie Xander das Knochen brach und der auf dem Boden zusammensackte. In den langen, qualvollen Momenten sah der Detektiv nichts, was diese Vorgänge erklären könnte. Geschwächt von seiner Verletzung und den jüngsten Operationen beginnt Pierce daran zu zweifeln, dass er die Wirklichkeit von den Albträumen, die ihn verfolgen, unterscheiden kann. Noch sind wir immer noch stabil... Achso, die Stabilität nimmt ab, sehe ich gerade. Deine durchlebten Prüfungen haben ihre Spuren hinterlassen, aber du gibst dennoch dein Bestes. Du lenkst dich ab, um zweifel- und schmerzhafte Erinnerungen zu verdrängen. Doch du musst weitermachen, wer weiß, wohin dich dein Geist auf den Weg des Wahnsinns führt. Oha, ich sehe es, ja, es nimmt ab. Anscheinend, je mehr ich hier erfahre und leider mitbekomme, desto mehr nimmt es hier ab. Psychisches Trauma, desto mehr Trauma habe ich und mein Verstand wird labil. Okay. So, ihn hier haben wir neu. Alter 47 Kunsthändler, Francis Sanders. Ach, das war doch der Agent von der Sarah Hawkins, oder? Francis Sanders kannte Sarah Hawkins und beschuldigte sie, die Quelle seines Leidens zu sein. Er starb sich mit eigener Händen die Augen aus und beschmierte seine Zähnwände mit esoterischen Zeichen. Er schien von einem sogenannten Schlurfer besessen zu sein, der mit Sarah Hawkins in Zusammenhang steht. Er starb unter unerklärlichen Umständen direkt vor meinen Augen. Keller des Hülverside Instituts. Wenn ich es mir recht überlege, war ich nicht lange im Krankenhaus. Als ich erwachte, wurde ich sofort in den Keller, in die Keller verlegt. Eine Art geheime Anstalt, wo Dr. Fuller ungestört seine Experimente am Patienten durchführt. Unbekannte Maschinen stehen neben anatomischen Zeichnungen, die gelinde gesagt verstörend sind. Ich habe es gerade so geschafft, von diesem Ort zu fliehen. Nächstes Mal habe ich vielleicht nicht so viel Glück. Da müssen wir dann wohl die andere Ablenkung hervorrufen. In der Gummizelle, das hatten wir neu. Genau, das hatten wir in Krankenakte. Das haben wir ja schon alles gelesen gehabt. Alles klar. Das sieht alles so friedlich jetzt aus. Und aufgeräumt? Das kann nicht sein. Das träume ich doch mit Sicherheit immer noch. Nein. Ich will wissen, was Bradley und Dr. Colton haben zu sagen, über all das. Okay. Das sieht gerade zu friedlich aus hier. Gibt es hier vielleicht irgendwas Neues? Okay. Immer noch Zeit zum rumgucken, wie es aussieht. Es war mir so klar, dass wahrscheinlich die kompletten Hawkins dahinter stecken. Beziehungsweise die Sarah wurde vielleicht zu dem gemacht, was der... Na? Nicht Jess Field. Wie heißt der... Der Typ halt. Was der aus ihr gemacht hat. Durch den Kult. Okay, mit ihr kann ich wohl nicht reden. Geht wohl nur mit ihm. Wie ist unser Fugitiv? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the Force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you alright? You look like you saw a ghost. I... There are things I can't explain. Tell us. What happened? I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins are being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? Hmm. Wenn ich wüsste, was daraus passiert, wenn ich das hier drücke. Ich hab keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich habe einen Francis Sanders kennengelernt. Kennst du ihn? Natürlich. Er ist eine Patientin. Oder war. Ich habe ihn nicht gesehen, seit Dr. Fuller hat ihn in den Bausten gezogen. Er wusste Sarah Hawkins. Und das ist, was ihn töten. Was? Wie hat er sterben? Ich bin nicht sicher, ob ich es erklären kann. Sag mir, wie Herr Sanders sterben. Ich habe nicht gesehen, was... Was war dann mit dem Rock plötzlich los? Was da mit uns. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Sie ist die Frau, sie wird schon wissen, wie man mit Frauen redet. Das wird mein Schicksal verändern. Okay, sehr interessant. So, Spiel wurde gespeichert. Das ist sehr gut. Dann lesen wir jetzt noch durch, was wir hier jetzt neu haben. Die Sanders und die Sarah Hawkins standen sich nahe. Ganz unzweifelt. Die Witwe hat mir nicht alles erzählt. Ihr Haustag ging in Gesprächspende. Alles begann mit Francis Sanders' Besessenheit mit dem Schlurfer, einem auf mehr als eine weiße herausragende Gemälde. Ich war doch gar nicht bei der Witwe von Sanders. In ihrem Haus war ich auch noch nicht. Francis Sanders war angeblich ein anerkannter Kunstsammler. Ich muss seine Witwe Sanders befragen, um mehr über seine Verbindung zu Sarah Hawkins erfahren und die... Moment. ...in die Identität des Besuchers vor seinem Tod zu lüften. Okay. Einwohner, haben wir hier jemanden neu? Dr. Fuller, 52, Oberarzt im Riverside Institute. Dr. Fuller ist der unangefochtene Kopf des Riverside Instituts und Herr der Kellergewölbe, in denen er verbotene Experimente an seinen Patienten durchführt. Ich weiß nicht, was er mit mir angestellt hat, aber nach meinem Unfall beim Einfluss der Tunnel unter dem Anwesen der Hawkins sollte ich nicht schon wieder auf dem Bein sein. Dieser Mann ist gefährlich, und ich könnte schwören, dass er mehr über all die Vorgänge hier weiß, als er es helfen möchte. Okay. Das heißt also, wir haben jetzt eigentlich alles beredet. Wir haben alles gelesen. Nochmal reden tun wir mit denen jetzt nicht, weil das wird nämlich dann nicht mehr gespeichert und wir sind nämlich schon bei 21 Minuten. Das heißt, ich werde jetzt meine Aufnahmesession hier beenden. Ich habe jetzt, glaube ich, sieben Teile oder sowas gemacht. Das reicht jetzt erst mal. Ich sponch auch nur eine kurze Pause. Morgen geht es dann, denke ich mal, wieder ein bisschen weiter. Wir sehen uns aber trotzdem hoffentlich morgen mit beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis morgen. In alter Frische. Ja, und vergesst natürlich keinen Daumen hoch und ein Abo, ne? Auf Wiedersehen und viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.